Ich bin noch mal raus. Ich schaue aufs Wasser. Das ist so beruhigend. Die Schwurbler im öffentlich-rechtlichen Fernsehen erzählen immer noch etwas von Verschwörungstheoretikern. Während die Verschwörungspraktiker in der Regierung fleißig weiter völlig sinnentleerte, undemokratische Maßnahmen versuchen durchzudrücken. In einer Situation, in der weit und breit kein gefährliches Coronavirus mehr zu sehen ist und auch nicht zu messen ist, weil die PCR-Tests nichts taugen und auch keine Infizierten messen. Trotzdem steht so etwas noch in der Zeitung. Und Sie glauben, ich könnte gut schlafen bei all diesem Mist, der einem den ganzen Tag lang erzählt wird? Nein. Dafür soll man sogar noch GEZ bezahlen, fleißig, jedes Quartal weiter? Für eine qualitativ hochwertige Berichterstattung? Für investigativen Journalismus? Für kritisch hinterfragende Journalisten? Wissen Sie was? So viel Blödheit auf einem Haufen habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Es ist mir völlig unverständlich. Und jetzt sagen Sie nicht zu mir, ich wäre ein Verschwörungstheoretiker. Ich sehe einfach nur diesen ganzen Dünnpfiff und frage ganz laut hinaus in die weite Welt. Hallo, was passiert denn da gerade? Was soll dieser Scheiß? Ich möchte es gerne wissen. Bitte erklären Sie es mir, Herr Spahn. Warum fragen Sie keine Fachleute? Warum wird im Fernsehen so viel Mist erzählt? Warum wird auf unsere Fragen nicht geantwortet? Und jetzt atme ich einfach noch ein paar Mal tief durch und versuche irgendwie durch die Nacht zu kommen, um am nächsten Morgen wieder irgendwie mit Herzrasen aufzuwachen in der Frühe und zu denken, ändert sich denn das hier jetzt nicht langsam mal? Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? So viel Dünnpfiff auf einem Haufen, kann das wahr sein? Nein, das kann nicht wahr sein. Das ist nicht wahr. Das ist nicht meine Welt.